Jo Leute was geht ab willkommen auf diesem Kanal Ich habe schon längere Zeit kein Video mehr gemacht vor einer Woche So ungefähr mach Bis zum nächsten Mal. Okay. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, was ich machen soll. Also ich habe ja ein Video gemacht, wo Ja-Nein-Nicht-Challenge ist. Also Ja-Nein-Nicht-Challenge. Und da habe ich gesagt, bei 10 Likes mache ich Ja-Nein-Nicht-Challenge mit meinem Cousin, mit meiner Cousine. Und zwar Angelo Rado. Pack ich jetzt mal, also verlinke ich euch mal in die Beschreibung. Und Lati Cerrado, äh Lati Cerrado, Lati Cerrado, Lati Cerrado, sie hat auf jeden Fall, sie hat mit YouTube aufgehört. Erstens, sie fängt wieder an, aber, hoffentlich, also ich glaube sie fängt wieder an, also hat sie mir gesagt, ich weiß es nicht. Also, sie hat halt ein neues Handy, äh sie hat ein kaputtes Handy, ihr Handy ist vom Boden gefallen. Und, ähm, wir bekommen jetzt halt ein neues, zu unserer Weihnachten, weil wir haben, neue Weihnachten, äh so, das ist, Komm, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Das war's für heute. Ok Leute, ich höre jetzt einfach auf mit dem Ding, weil ich erzähle eigentlich gar nichts und ja, schreibt auf jeden Fall auch in den Kommentaren, was ich machen soll und ich mache dann ein LVQ, also schreibt einfach Sachen über mich, also was ihr wissen wollt über mich und ich mache dann ein LVQ und schaue dann und ja, bei 15 Likes mache ich das und wo, wenn das auch jetzt 5 Monate dauert, egal, also bei 15 Likes, Leute, mache ich ein LVQ, also ihr müsst nur halt in den Kommentaren schreiben und ja, abonniert auf jeden Fall LATITERADO, ich habe gar keinen YouTube-Kanal mehr, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin so kaputt, ey. Maudi hat auf jeden Fall Angelo Rado und ja, er macht halt nur Zauberfix aus seinem Kanal, also sein Kanal besteht voll aus Zauberfix und ja, das war auf jeden Fall bei dem Video, lass auf jeden Fall LATITERADO und ich packe Angelo Rado und die Videobeschreibung und mein Instagram-Account mache ich auch, packe ich auch in die Videobeschreibung, vielleicht auch mein Facebook-Account, ich weiß nicht und vielleicht auch mein Snapchat-Account, ich weiß nicht und ja, auf jeden Fall, das war's mit dem Video, Leute, auf jeden Fall LATITERADO, abonniert und kommentiert, nicht vergessen, das ist doch cool, Leute, vergesst nicht in den Kommentaren zu schreiben, was ihr wissen wollt über mich, schreibt uns in den Kommentaren und ich muss nur langsam auch mal ihr schneiden, Leute, irgendwas schneiden, also auf jeden Fall LATITERADO und ja, abonniert auf jeden Fall Angelo Rado, was ich jetzt glaube ich schon zum, keine Ahnung, 10. Mal gesagt habe, auf jeden Fall, das war's auf jeden Fall mit dem Video, abonniert und kommentiert nicht vergessen und ja, sag ich mal, tschau!